Hallo und herzlich willkommen zurück zu 100 doors oder 100 türen wir sind schon in irgendein klassenraum Memory Pizza Ach wahrscheinlich müssen wir das zuordnen wohin das gehört oder Das gehört nicht dahin das gehört glaube ich nach japan ach okay so den haben wir hier käse schokolade Käse So wie groß nach deutschland bürger Keine ahnung wer hätte die bürger Da ist das italien Ich habe keine ahnung Nudeln Werte Nudeln Japan Japan Das hätte bürger China Okay das stimmt schon mal Amerika ist der Hamburger Ja okay Geschafft Super Ich kenne mich mit Fahnen überhaupt nicht aus BZ Soll man das so vielleicht eintragen BZ Anscheinend nicht FL Aber soll das da unten sein Das ist deutschland Also DI Nein da war es doch Das ist deutschland DI Was das auch immer sein soll ich habe keine ahnung Italien falschrum Italien sieht das gar nicht nach aus Ich habe keine ahnung Also das ist auf jeden fall deutschland Das erkennt man ja Ja jetzt ist doch mal gut Die Übertragung Und die Frauen können ihre Ja toll Germanien Nein Ich nehme keinen Vorschlag Mama Ich glaube das Oh Alles klar TY Und Was war das andere IR Machen wir Das mal im Kurs IR Okay Ja TY Haben wir Ist doch jetzt gut Ja Jesus TY Haben wir Deutschland plus Deutschland plus Plus irgendwas anderes Also wahrscheinlich die Zahlen Also Deutschland ist Äh Warte mal Ich habe das mal auf Okay Den Zettel brauche ich ja nicht noch Einmal die zwei 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 Sechs Neun Und das andere war Keine ahnung was das so genannt ist Sieht aus wie so ein Bär Das glaube ich Das hier Plus Vier Acht Neun Sechs Neun Sechs Plus war das doch ne Das ist Deutschland Warte mal das sieht so aus als wenn das so Ein paar mal öfters geteilt worden ist oder Okay Wir haben hier Fünfzehn Dann haben wir hier Sechzehn Dann haben wir hier Elf Dann haben wir hier Äh Sieben Sieben Eins Sechs Fünf Sieben Eins Sechs Fünf Das ist ja schön Sieben Eins Sechs Fünf Super 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 Haben wir geschockhofft Und jetzt ist der Oh der Schrei Oh nö Ach der ist jetzt schon an der richtigen Stelle Alles klar der muss nun mal gedreht werden Der müsste eigentlich irgendwo Das Ofen hingehören Ja Der gehört da hin So dann gehört der hier hin Und der soll nach unten kommen Nee der muss so um Der muss wahrscheinlich irgendwo da hin Das ist der Schrei Nein doch nicht drehen Da hin Der muss wahrscheinlich einfach noch mal gedreht werden So So Äh Nee Hast du aber gar nicht hin Ach doch Okay Der Schrei Okay Wir haben hier sehr viel Wasser A ist gleich sechs A ist gleich sechs Ich brauche mir ein Tuch oder sowas Äh Ein B ist gleich zwei Okay Aber den haben wir jetzt nass gemacht Aber Ich habe hier keinen Lappen oder sowas Also sechs Zwo Da haben wir ihn haben Ach nö Okay Okay Sechs Zwo Also das heißt wir werden jetzt bei Acht Äh Geteilt Also Sechs geteilt durch zwei Sind vier Äh drei Komme ich dir jetzt auf vier Sechs geteilt durch zwei Mama Was? Guck mal da Da war es Ja Da ist ein A ist gleich sechs A ist gleich sechs A ist gleich sechs Acht Drei Eins Zwo Und sechs Kurier ist auf Ich habe keine Ahnung Ich hatte nie Italienisch Ja genau Lateinisch Oh das ist Japan Das ist denke ich nicht Japan Doch Nein Das ist Japan Oh Mama Geh deine Mitte zurück Also deine Mitte würde jetzt nicht passen So Auch nicht So Auch nicht So Könnte es Ne Das könnte auch nicht sein Ne 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 Ich muss dich da Einfach mal von außen drangehen Dann Okay Ich habe keine Ahnung Das ist mir erst mal Ach So So Sieht es gut aus Aber hier drinnen nicht Nein 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 Oh Oh Der muss auf jeden Fall suchen Ja Ne Auch nicht für dich So Das ist so richtig. So? Ja. Noch nicht ganz. Oh, Mama. Ja, das kann ja auch nicht gut sein. Das heißt ja, Mama. Lass einfach sein. Lass einfach sein. Du kippst immer auf. Ich kipp überhaupt nicht immer auf. Du kippst immer jetzt auf. Ja, aber das passt ja alles nicht. Ich dürfte nicht sagen. Ja, das passt trotzdem nicht. Wolltest du bitte auf uns zurück? Ja? Nee? Ich würde es dir zeigen. Das passt trotzdem nicht. Lass es einfach sein. Nein. Ich muss das doch lösen, damit ich da rauskomme, Mann. Oder muss ich den hier anders drehen? Oh, das sieht nicht so aus, als wenn das hier irgendwie... Mama, immer... ganz, ganz schnell. Emi. Emi. Hör auf mich zu nerven. Ich will dir immer nur Tits? Ja, du gibst mir keine guten Tits. Der ist es nicht. Ja. Okay, was... Haben wir vielleicht noch irgendwas anderes, damit man die auseinandernehmen kann? Oder bin ich zu doof gerade dafür? Ah! Ja. Okay, man muss also erst das hier lösen. Äh. Ja. Ja. Na, nee. War nicht so wirklich. So? Eigentlich müsste das... So sein. Da muss man gucken, dass man die außen kriegen kriegt. Die außen... Ja. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Ja. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Aber... Das ist doch jetzt... Richtig! Ich will dir einen Tipp geben. Du gibst ja gar keinen Tipp. Das ist das falsch. Die Spitze. Ja. Aber ich kann... Achso. nicht ganz recht. Das sieht besser aus. Ach! Du hattest recht, Schatzi. Du hattest recht. Äh. Wie viele Minuten haben wir noch? 5, alles klar. Oh. Du bist... Jetzt sind alle sehr empfleucht. Ach, nur. Nur die Gift. Die Giftigen. Aber die haben wir hier... Schlangen. Und spinnen. Bah! Ich hasse spinnen. Ja. Ich auch. Ja. Okay. Ich schalte den Tun an, um vorzufahren. Ah, toll. Oh Gott! Ist das laut! Hilfe! Oh! Kann man das vielleicht irgendwie ein bisschen unterdrehen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Es wird laut! Ich hab keine Ahnung. Nee? Okay, das war schon falsch. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ach, ne, warte! Hä? Das ist alle anzübben. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott ist das laut. Oh, ein Arzt! So. Jetzt sind wir im Arzt Zimmer wo irgendwelchen... Uh. Wir haben gelb gefunden, dann haben wir eine Spritze gefunden, das ist so eine... Äh, okay, warte, blau, dann müsste grün kommen, ah, wir müssen die mischen, okay. Geht nicht. Geht, okay. Ich habe schon mal gelb. Ja, das ist aber glaube ich mal, das andere hier ist noch blau, damit kriegen wir auf jeden Fall erstmal schon mal grün hin. Grün, alles klar. Danach kommt... Eigentlich gelb. Wir haben ja schon gelb. Nieder, blau, grün, gelb. Da müsste da gelb rein gehören. Ach, da muss... Ah, okay. Okay, okay, okay. Das bedeutet, da müsste jetzt... Ne, da müsste grün hin. Grün und blau. Da müsste blau hin und da müsste grün hin. Und grün kriegen, warte mal, ich bin jetzt... Da müsste... Grün hin. Dann bräuchten wir jetzt noch... Blau. Ne, blau haben wir ja schon. Pink! Mama, guck mal! Und den Tisch! Oh ja, da. Da ist doch pink. Das ist rot. Naja, okay. Also brauchen wir orange. Pass auf, wir machen da rot rein, da rot rein, da gelb und da gelb. 9371. 9371. 9371. Hast du gut gesehen. Super, klatsch ein. Super. Gut, weil ich das recht, der ihn noch gesehen hat. Ja, alles klar, Sport. Nur. Oh nö, Fußball. Mama, ich weiß, ich bin nicht so gut. Fußball. Aber es aus den Hindernissen ausweichen. Nein! Ah, nein! Ich hätte gerade zu sagen, dann bitte nicht in die Löcher. Und da wäre ich... Okay, haben wir aber geschafft. Haben wir gut gemacht. Super gemacht. Nee, nicht schon wieder Rechenaufgaben. Mama, ich weiß, was aus diesen Zahlen eine 6 fehlt. Nee. Warum sollte da 6 fehlen? 8. 8. Nee, 8 fehlt nicht. Müsst du dann bestimmt eine bestimmte Zahl haben. Sehr richtig, Mama. Okay, ihr Lieben. Das war diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss. Tschüss.